Angst ist, wenn du liebevoll geweckt wirst und danach realisierst, dass du eigentlich alleine wohnst. Wenn der Lehrer mit geschlossenen Augen in das Klassenbuch tippt. Wenn du alleine zu Hause mit Kopfhörern sitzt und das Gefühl hast, dass hinter dir irgendjemand steht. Wenn du Gründe für deine Kopfschmerzen googelst und erfährst, dass du nur noch zwei Tage zu leben hast. Wenn du mitten in der Nacht von einer unbekannten Nummer angerufen wirst. Was ist das?